yo freunde was geht ab willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar heute geht es um loredana die mit ihrem letzten song den sie veröffentlicht hat labyrinth mittlerweile auf youtube 11 millionen aufrufe hat das ganze war vor drei wochen und jetzt am kommenden freitag soll ein neuer song rauskommen jetzt rufst du an soll das ganze hören und ja der song wurde auf jeden fall schon geliebt ich habe mal auf jeden fall reingehört man kann sich den song echt gut geben also der wird gut einschlagen wenn das ganze am freitag rauskommt stream das ganze auf jeden fall auf spotify loredana hat ja sowieso mit ihren drei großen tracks sonnenbrille romeo und julia oder bonnie und kleid insgesamt auf youtube ganze 150 millionen klicks auf spotify ich weiß gar nicht habe gar nicht geschaut ist schon echt krass ich würde euch mal reinhören lassen in den neuen track da kann man schon zehn sekunden kann euch schon eine hörprobe gönnen ich hoffe das video wird da nicht gesperrt wir hören einfach mal kurz rein ja das ist auf jeden fall kurz der anfang die hook beziehungsweise den reform kann man eigentlich auch einblenden wie gesagt der letzte track labyrinth und jetzt auch jetzt rufst du an ist von ihrem neuen album kim lori das ganze könnt ihr auch auf amazon vorbestellen ja genau das ganze könnt ihr auch auf amazon vorbestellen wie gesagt das ganze wird das ganze wird es auch im mediamarkt und saturn geben oder halt auf allen streaming plattformen ja was gibt es noch zu sagen sie hat das ganze den ganzen song jetzt rufst du an auf jeden fall auf ihre instagram seite angekündigt ja kommt natürlich donnerstag 23 59 wie alle anderen auch immer ja schwierig wie gesagt ich blende auf jeden fall noch mal kurz was ein ja kurz vor der hook würde ich einfach mal sagen ich hoffe das video wird nicht gesperrt eventuell wird das ganze ja entfernt denn es war schon mal auf youtube gewesen ich kann euch das ganze mal einblenden und ja ja genau dieses video umfasst inhalte von good to go music der partner hat das video in deinem land aus urheberrechtlichen gründen gesperrt wie gesagt ist auf jeden fall das originale lied falls ein oder andere nicht glauben mag ja was soll man machen ich lasse mal einfach abspielen ja wie gesagt also freut euch auf jeden fall auf freitag man kann den song echt gut pumpen wie man sieht schwitzig übertrieben mal der jetzt 40 grad naja wie gesagt das war es auf jeden fall der hörprobe vom league stream das ganze am freitag ich werde das ganze in der video beschreibung dann verlinken und in diesem sinne seid anständig und haut rein